Seit nahezu 100 Jahren setzt sich die CSA Group für Sicherheit, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit ein. Unsere Vision einer besseren, sichereren und nachhaltigeren Welt mit Normen, von denen Menschen und Unternehmen profitieren, hat bis heute nichts an Relevanz verloren. Die Welt verändert sich immer schneller und wir uns mit ihr. Was gleich bleibt, ist unser Engagement für kontinuierliches Lernen, Verantwortungsbewusstsein, Integrität, gegenseitigen Respekt, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Geschichte der CSA Group begann 1919 mit der Entwicklung einer technischen Norm für Eisenbahnbrücken aus Stahl. Heute pflegen wir über 3000 Normen, Regelwerke und verwandte Produkte und bieten Schulungen in relevanten Bereichen an. In unseren Expertenausschüssen entwickeln über 8000 ehrenamtliche Mitglieder richtungsweisende und innovative Normen, die zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Produkten beitragen. Mit über 35 Laboren und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika ist die CSA Group eine weltweit führende Prüf- und Zertifizierungsorganisation. Durch kontinuierliches Wachstum erfüllen wir die Anforderungen unserer Kunden und bieten ein umfassendes Angebot lokaler und globaler Dienstleistungen, die den Zugang zu Märkten weltweit ermöglichen. Darüber hinaus führen wir Sonderinspektionen und Prüfungen beim Kunden vor Ort durch, um die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen. Die CSA Group beteiligt sich aktiv an der Entwicklung internationaler Normen bei Organisationen wie ISO, IEC und IEC-II. Wir erfüllen die sich ändernden Anforderungen der Industrie, indem wir internationale Normen entwickeln und helfen, diese zu etablieren. Auf Basis dieser Normen fördern Unternehmen die Entwicklung und den weltweiten Handel mit nachhaltigen Produkten. Die CSA Group ist führend bei der Entwicklung neuer Normen für innovative Segmente wie Nanotechnologie, intelligentes Design, Smart Grid-Anwendungen sowie nachhaltige Energien und unterstützende Infrastruktur. Im Interesse unserer Kunden haben wir unsere Prozesse schlanker und anpassungsfähiger gestaltet und begonnen, interaktive Normen zu veröffentlichen, die bei Bedarf auch mobil abrufbar sind. In den letzten Jahren eröffneten wir weltweit über 20 neue Labore, um unsere Kunden vor Ort noch besser zu betreuen. Auf der ganzen Welt erbringen unsere Labore Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen in wichtigen Geschäftsfeldern wie Explosionsschutz und Industrieprodukte, Medizintechnik und Sicherheit, Haushaltsgeräte und Gas, Beleuchtung und Verkabelung, alternative Energien und Nachhaltigkeit, Sanitärtechnik und Baugewerbe, Transport- und Konsumgüterbewertung. Die CSA Group verfolgt eine konsequente Wachstumsstrategie bei Schlüsseltechnologien in Nordamerika, Europa und Asien, um Ihnen mit den erforderlichen Dienstleistungen und Kompetenzen zur Seite zu stehen. Die CSA Group ist ein weltweit führender Anbieter von Explosionsschutzprüfungen sowie den entsprechenden Zertifizierungen. Auf der ganzen Welt beschäftigen wir über 200 hochqualifizierte Fachleute, die sich mit der Prüfung und Zertifizierung von Produkten beschäftigen. Unsere Labore in Nordamerika, Europa und Asien bieten Ihnen vor Ort Dienstleistungen und Prüfungen nach Atex, IECEX und nordamerikanischen Richtlinien. Unser Global Market Access Team hilft Ihnen beim Erhalt weiterer Prüfzeichen, die Sie für den Verkauf Ihrer Produkte auf lokalen Märkten auf der ganzen Welt benötigen. Zertifizierungsorganisationen müssen in der Lage sein, sich unterschiedlichen globalen, nationalen und regionalen Anforderungen anzupassen. Die CSA Group nutzt internationale Verfahren, um die Zertifizierung von Produkten für globale Märkte zu beschleunigen. Die Zertifizierung elektrischer Geräte für explosionsgefährdete Bereiche spielt eine wichtige Rolle bei unseren Bemühungen zum Schutz der Öffentlichkeit und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit. Zudem trägt unser international anerkanntes Portfolio normenbasierter Lösungen für den Öl- und Gassektor seit über 50 Jahren zur öffentlichen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit bei. Die CSA Group ist ein führender Anbieter auf dem Gebiet der Medizintechnik und Sicherheit. Wir verfügen über exzellentes Fachwissen in innovativen Sektoren wie der Nanotechnologie und bieten Expertenwissen bei der Entwicklung von Geräten zur besseren medizinischen Betreuung und Patientenversorgung. Weltweit besteht eine steigende Nachfrage nach Sicherheits- und Gesundheitsprodukten sowie ein hoher Bedarf für eine bessere und effizientere Bereitstellung von Dienstleistungen. Die CSA Group liefert integrierte globale Lösungen zur Förderung einer innovativen und fortschrittlichen Gesundheitsversorgung. Ganz gleich, ob Sie medizinische Geräte, Labor-, IT-, AV- oder Arbeitsschutzausrüstungen herstellen. Die CSA Group liefert alle erforderlichen Dienstleistungen aus einer Hand. Wir haben richtungsweisende Normen für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und die patientenfreundliche Gestaltung beim Bau und Betrieb neuer Krankenhäuser entwickelt. Von Arbeitsschutz bis roboterassistierter Chirurgie – die CSA Group spielt eine führende Rolle bei der Förderung von moderner Medizintechnik und Sicherheit. Die Geschichte der CSA Group im Transportwesen begann vor nahezu 100 Jahren mit unserer ersten Norm für Sicherheit bei Eisenbahnen. Angesichts künftiger Marktbedürfnisse und einer steigenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit Brennstoffzellen investieren wir durch weltweite Laboreröffnungen in neue Technologien zur Prüfung von druckwasserstoffführenden Bauteilen wie Kraftstofftanks, Ventilen, Druckreglern und Betankungsanlagen. Wir haben unser Know-how im Transportbereich, auf die Sektoren Automobil, Luft- und Raumfahrt, alternative Antriebstechnik sowie Infrastruktur ausgeweitet. In unseren weltweiten Laboren können wir heute jedes Fahrzeugteil prüfen. In den Bereichen Sanitättechnik, Haushaltsgeräte und Baugewerbe arbeiten wir an der umfassenderen Einführung von intelligenten Designideen und Smart Grid Anwendungen. Intelligente Designs ermöglichen es, Gebäude bei Bedarf einfacher an die Anforderungen einer veränderten Umgebung anzupassen. Wir entwickeln nicht nur Normen, sondern prüfen und zertifizieren viele der in einem Gebäude verbauten Produkte wie Beleuchtung, Verkabelung, sanitäre Anlagen, Fenster, Türen, Baumaterialien und sogar die Gebäudetechnik und Planung. Die CSA Group bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen für den Wohn- und Gewerbebau. Unsere technischen Experten bieten Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Sicherheit und führen Tests im Einzelhandel durch. Hausbesitzer und Bauherren können sich auf die Produkte verlassen, die nach unseren Normen gefertigt sind und deren Energieeffizienz in unseren Laboren zertifiziert wurde. Unsere Normen regeln sogar, welche Qualifikationen und technische Kenntnisse erforderlich sind, um diese Produkte ordnungsgemäß zu installieren, sodass die optimale Energieeffizienz gewährleistet ist. Wer heute auf dem Weltmarkt bestehen möchte, muss nicht nur Faktoren wie kreatives Design, Funktionalität, Zeitersparnis und Effizienz, sondern in zunehmendem Maße auch die Vernetzbarkeit mit anderen Haushaltsgeräten berücksichtigen. Wir arbeiten daher an Produkt- und Systemnormen sowie der Prüfung und Zertifizierung von Haushaltsgeräten, die in intelligenten Stromnetzen arbeiten und so zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen. Die CSA prüft und validiert intelligente Haushaltsgeräte, um die Leistungsfähigkeit und die korrekte Nutzung von Kommunikationsprotokollen im Stromnetz zu bestimmen. Darüber hinaus entwickeln wir eine Smart Grid Roadmap einschließlich harmonisierter Normen für die Interkonnektivität und Kompatibilität bei der Übertragung und Verteilung von Strom. Die CSA Group prüft und zertifiziert Gewerbe- und Haushaltsgeräte, HLK-Anlagen und Elektrowerkzeuge. Wir sind führend bei der Sicherheitsprüfung und Zertifizierung von Gas- und Elektroanlagen. Kontinuierlich arbeiten wir an der Ausweitung unseres weltweiten Prüf- und Zertifizierungsangebots. Bei unseren Kunden treten wir als zentraler Ansprechpartner auf und unterstützen den globalen Marktzugang. Die CSA Group führt neue Dienstleistungen zur Innovationsförderung in den Bereichen Energieeffizienz sowie Forschung und Entwicklung ein und ebnet damit den Weg zu einer besseren, nachhaltigeren Welt. Die CSA Group engagiert sich seit Jahrzehnten für die Einführung nachhaltiger Energien und Lebensweisen. Unsere Normen fördern neue, innovative Denkweisen. Sie beziehen sich nicht mehr nur auf die technischen Aspekte eines Produkts, sondern auch auf Umweltfragen. Nachhaltigkeit hat für den Durchschnittsverbraucher rasant an Bedeutung gewonnen. Die CSA Group verfügt über ein spezielles Programm zur Produktprüfung und Zertifizierung nach nordamerikanischen Anforderungen an die Energieeffizienz. Wir prüfen und zertifizieren Produkte auch in Bezug auf Wasserschadstoffe nach den Anforderungen von Energy Star und WaterSense. Zudem bieten wir die Prüfung und Zertifizierung nachhaltiger Energieprodukte wie Solaranlagen und Elektrofahrzeugen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten. Wir bemühen uns, die Umweltbelastungen durch den eigenen Geschäftsbetrieb zu minimieren, indem wir beispielsweise Wasser zurückgewinnen und Abfall reduzieren. Wir führen Maßnahmen zur Senkung unserer CO2-Emissionen ein, um unsere eigene Klimabilanz zu verbessern. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit betreffen fast alle Bereiche unseres Lebens. Umfangreiche Verbesserungen in Technologie und Effizienz bei der Beleuchtung und Verkabelung haben zur Einführung energiesparender Produkte und zu einem rasanten Technologiewandel geführt. Die CSA Group bietet Produktbewertungen, Energieeffizienztests, Produktprüfungen, Zertifizierungen und Normlösungen für die Beleuchtungsindustrie. Dank unseres weitverzweigten Netzes an Niederlassungen und Laboren spielt es keine Rolle, wo Sie Ihre Produkte entwickeln, fertigen oder verkaufen. Die technischen Experten der CSA Group arbeiten direkt mit Ihnen zusammen und stellen Ihnen die erforderlichen Dienstleistungen zur Verfügung. Der globale Trend bei Beleuchtung und Verkabelung geht dahin, die Belastung des Stromnetzes zu reduzieren und saubere, energieeffiziente Lösungen bereitzustellen. Die CSA Group arbeitet an der Entwicklung und Einführung internationaler Normen, um die Verwendung innovativer Produkte zu fördern und den internationalen Handel zu erleichtern. Neben einem Normenprojekt für nachhaltige Beleuchtung hat die CSA Group ein neues Prüfzeichen für Nachhaltigkeit eingeführt, an dem Einzelhändler, Aufsichtsbehörden und Verbraucher erkennen können, dass ein Produkt die Umwelt- und Leistungsanforderungen bestimmter Nachhaltigkeitsnormen erfüllt. Die CSA Group baut ihre Kompetenzen und Kapazitäten aus, um auf das Wachstum internationaler Märkte zu reagieren. Die Nachfrage nach Prüfungen und Zertifizierungen industrieller Produkte nimmt weltweit zu. Von der Landwirtschaft bis zum Baugewerbe und von der Fertigung bis zum Bergbau unterstützen wir Anbieter mit unseren Aktivitäten rund um die Industrieausrüstung. Die Industrie durchlebt derzeit einen rasanten technologischen Wandel. Diese Veränderungen unterstützen die Branchenexperten der CSA Group mit bewährten Praktiken für den sicheren Betrieb von Industrieausrüstungen und Normen für Gerätesicherheit und Leistung. Unsere Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen umfassen alle gängigen Komponenten von Leistungsschaltern und Netzgeräten bis zur industriellen Prozesssteuerung. Die CSA Group setzt alles daran, ihren Kunden erstklassigen Service zu bieten. Ganz gleich, ob es darum geht, innovative Normen zu entwickeln oder Produkte nach Nord- und Südamerika, Asien, Australien, Afrika oder Europa zu exportieren. Bei uns erhalten sie ein umfassendes Angebot lokaler und globaler Dienstleistungen aus einer Hand. Weltweit sind Milliarden von Produkten mit unserem weithin anerkannten und bewährten Prüfzeichen gekennzeichnet. Bei der CSA Group sind es die Menschen, die den Unterschied machen. Wir leben unsere Werte, sind von der Integrität unserer Marke überzeugt und tun alles, um unserem ausgezeichneten Ruf gerecht zu werden. Tagtäglich tragen unsere engagierten, hochqualifizierten Fachkräfte dazu bei, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der CSA-zertifizierten Produkte zu Hause, in unseren Büros und auf unseren Straßen zu gewährleisten. Ganz gleich, ob wir heute ein Zeichen setzen oder richtungsweisende Lösungen für die Zukunft entwickeln. Die CSA Group setzt sich für eine bessere, sicherere und nachhaltigere Welt ein.